Moi Leute herzlich Willkommen zurück bei einer neuen Runde Golfit mit dabei ist der Josu Hallo! Ich hab grad noch was getrunken aber alles gut. Ja. So, ja heute mal ne Ice-Map in dem, keine Ahnung, in dem grünen Setting. Die Map ist unaussprechbar deshalb sagen wir die auch nicht. Da. Oh, das war gut. Hä? Was hast du denn gemacht? Ich wollte nur was gucken. Oh ja, ich wollte auch noch was gucken. Max es selber. Das ist ja voll die Täuschung. Oh nix. Gerade über den Nippel drüber gekommen. Ja. Ja. Mal wieder seit langen Wolfen. Hier direkt mal reingekackt. Hey, gucken wir uns um mal oder schlagen wir? Bin schon am umgucken. Okay, dann gucken wir uns um. Okay, ist hier die Hochbahn. Ach lol, guck mal nach links. Am Start. Du darfst nicht zu fest schlagen. Aber auch nicht zu leicht irgendwie. nach links gucken. Ach so, ja wegen dem. Ja. Okay. Gut, mein erster Schlag war nicht so erfolgreich. Ja, das ist auch komisch wegen diesem. Oh, der zweite war auch kacke, oder? Am Anfang. Der zweite war gut. Oh Gott. Oh Josu, er macht's gut. Ich mach mal lieber einen, bevor du mich raushaust. Och nee. Och nein, ich hätte es geschafft. Guck dir mal zu, ob du das auch alles richtig machst. Mist ey. Aber am Anfang diese Rampe, also diese, 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 diese Abstufung in der Piste, das war irgendwie nicht so geil. Ja, war wirklich nicht so geil. Okay. So, gucken wir uns mal kurz rum. Ja, voll Gas, sagst du. Oh. Schade, leider nicht genug Schwung für ein Hole in One, du auch nicht. Ja, aber ein Hole in Two. Ja, mein Gott ey. Ist auch mal ganz schön, oder? Da bist du schon wieder viel vorne, ich glaub's nicht. Ja, weißt du, das liegt halt einfach daran, dass ich besser bin als zu mir. Eindeutig. Richtig. Oh man, jetzt, jetzt stehe ich unter Druck. Weil mit Druck nicht so gut umgehen. Ach, das ist, du machst auch nochmal so. Nö, hab eingekackt. Voll witzig, Josua, ne? Ich wege so noch zurück. Kannst du mit Druck nicht umgehen. Ja. Allerdings. Bist du inkontinent? Nee. Wenn du mit Druck nicht umgehen kannst? Ignorier einfach, was du sagst. Müssen wir ganz nach oben? Nö. Hm. Ey, warum flieg ich denn schon wieder nach hinten? Ey, ich krieg, ich krieg gleich wieder eine Schreibe. Och nein. Nein. Ja, du bist zu fest. Ganz einfach. Lanham, Milch ist schlecht geworden, würd ich dir sagen. Ich guck gleich mal nach. So ist perfekt, ja. Danke, Sherlock Holmes. Auch gemerkt. Ich hab ja nur einen verloren. Es wird knapper. Tja, muss ich jetzt leider mit Druck umzugehen. Muss ich dich jetzt richtig ficken. Oh, danke schön. Bitteschön. Gern gemacht. Dankeschön. So ein leichter Schuss von hinten. Nice. Oh, das war ein schöner. Doch, nee. Oh, das war ein schöner. Ja, das war ein guter Schuss. Aha. Ich hab gedacht, dass du vielleicht... Dein Scheiß? Och nein. Sehr gut, Josua. Mach weiter so, komm. Jawohl. Einer geht noch. Okay. Hm, schade. Fünf, ne? Anstatt zwei, fünf. Ist nicht so geil, ne? Nö. Nicht so geil, beschreibt es ziemlich gut. Ich seh da... Ich glaub, du hast das auch gesehen, oder? Was? Du bist ein Asi. Das wollte ich eigentlich überhaupt nicht. Genau deswegen wollte ich das nicht. Na, dann machen wir es halt so. Oh mein Gott. Komm, noch ein Stück. Noch ein Stück. Bleib du da oben. Och nee, da geht es ja weg auf. Och, f*** dich. Vielleicht mit einer unten ins Löchle kommt. Sehr gut, Josua, du machst es echt gut. Du Wichser. Du blöder Wichser. Du blödes hässliches Gesicht, ey. Ach ja. Darauf erstmal ein Stück Kuchen, ey. Ey, ich hab acht Schläge gebraucht. Ich hab nur drei gebraucht, hörst du mal. Kannst du mal nicht mit vollem Mund essen, bitte? Nicht mit vollem Mund essen? Hm. Sprechen. Erst bei dir ja fast das Gleiche. Okay, du brauchst Speed. Oh, das war so dumm. Na egal. Hat sich auch erwischt? Alles klar, nö. Klasse, ich kann jetzt nicht schlagen, bis du weg bist. Super. Ja, was ist denn das, Alter? Soll ich die DP auf 300.000 stellen, oder was? Ne, nur auf 299.000. So, jetzt kann ich auch mal schlagen. Ja, mach mal. Hab ich. Ich wusste nicht, dass ich noch fester drauf hauen muss. Bist du schon im Ziel? Ne. Ich mach jetzt von hier aus rein. Pass auf. Okay. Also jetzt bin ich im Ziel. Ich hab ein Paar. Na du auch. Ich auch. Sag mal nein. Jeder sieht mal wieder, dass bei mir deutlich mehr Qualität in den Schlägen steckt, als bei dir. Eindeutig, ja. Dafür guck ich mir deutlich öfters die Map an. Oh shit. Oh shit. Nice. Och. Was müssen wir denn hier? Geht doch in einem, oder? Wäre ich jetzt mal geschafft, bin ich nicht so. Ne, hätte ich nicht. Ich hab's, ich hab fester schlagen hätte ich müssen. Ne. Sehr guter deutscher selbst. Doch. Hätte ich fester schlagen. Ich hab's auch so wie ich, ja. Ja, und im Spiel bleib ich auch ein bisschen weiter hinten. Hä? Hä? Einfach nur ein Troll. Was ist damit man verkackt? Du bist so ein Stück Scheiße, ne? Oh, du kannst von hier aus reinmachen, ey. Ich muss mit dem Lack rein. Rein, Lungen. Ich mach den rein. Komm. Komm. Jawoll. Komm schon. Oh verdammt. Wäre das geil gewesen. Ist echt geil, ne? Ah, neun Punkt Vorsprung. Komm. Hier, die Map sieht jetzt mal aus. Pfff. Habe ich das getan? Pfff. Es ist so witzlos, dieses Scheiß-Game, ganz ehrlich. Ja, ich finde es auch nicht lustig, wenn du einluchst, also. Hä? 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 Es sind so einfach Sachen, die müssen gemacht werden, ich euch schon hört. Oh, das ist auch besser. Alles. Klar. Deins war ja zurecht nicht drin, aber meins drin. Ich habe ja auch gar keine Chance gehabt. Das war richtig, bitte. Ha! Hast du den gesehen? Das war Absicht. Ja. Ich wollte, dass der so bouncet. Ja, genau. Der sollte von oben das Loch fluppen. Was ist jetzt? Okay. Okay. Naja, hat nicht so viel gebracht. Du hast halt wieder den Safe-Weg genommen, ne? Ja, richtig, weil ich lieg ja auch vorne. Alles klar. Mach dich mal weg da, hier. Ja, eigentlich könnts... So was für die Fans. Welche Fans? Ja, du sprichst doch immer von den Fans. Wo soll ich das wissen? Ja, von meinem Bruder ist der einzige der Zukunft. Und deine unzähligen Fake-Accounts, die du erstellt hast. Mann, Mann, Mann. Wenn ich zu löchle mit dir... Haben wir jetzt... Sehr schön. Noch drei. Ne, oder? Fehlt noch drei. Jawohl, du hast es genauso gemacht wie ich. Oh, nee. Aber auch ne Easy-Map. Die Map ist irgendwie ein bisschen... Ja, die ist ein Ticken easy. Aber Joshua, das liegt auch einfach daran, dass wir gut sind. Ja, voll, ey. Ja, voll, ey. Das liegt an unserer unglaublichen Spielqualität. Auch hier? Scheiße. Wäre ja auch zu schön gewesen, wenn ich dir das jetzt noch verkackt hätte. Okay. Ja, die Map scheint. Als könnte man die... Trotz nicht so behindert ab. Ach nein, ey, ich bin schon wieder zu weit. Ja, ich bin easy drin. Guck mal, weißt du, da ist halt wieder... Du sagst zwar, ich geh den Safe-Weg, ja. Aber ich bin halt auch einfach genial. Das war bitter. Ach, Joshua. Ach, Joshua. Ach, Joshua. Verpiss dich. Ach, nee, nee. Ach, nee. Was trifft du denn das nach links ab? Was soll die Scheiße? Das passiert eigentlich nur bei schlechten Leuten. Guck mal, gute Leute machen den Ball direkt rein. War das letzte Map? Ja, easy. Ich hab halt ein bisschen Variationen reingebracht. Ach ja? Hast du Variationen beigebracht, indem du einfach 15 Schläge über mir bist? Guck mal, ich bin 12 unter Paar. Ja, ich hab halt hier bei den 8 da und bei den 5 hab ich halt verkackt. Das ist 18 noch. Ja, mal passieren, dass man nicht so gut ist wie ich. Kannst du davon jetzt ein Eis kaufen, hast den... Dankeschön. 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 Also dann, macht's gut, Leute. Ja, auch mal rein. Ciao. Dankeschön. 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 Dankeschön.